Deutsch lernen durch Hören Deutsche Bahn Heute ist ein sonniger Tag und ich möchte meine Großeltern in Hamburg besuchen. Ich wohne in Bremen und möchte mit dem Zug fahren. Also fahre ich mit dem Bus zum Bahnhof. Das dauert 20 Minuten. Im Bahnhof sind viele Menschen. Ich weiß nicht, wohin ich gehen soll. Ich suche mir Hilfe an dem Informationsschalter. Sie haben Informationen zu allen Zügen. Sie wissen, wie ich von Bremen nach Hamburg kommen kann. Die Mitarbeiter helfen mir, den richtigen Zug, das richtige Gleis und die richtige Uhrzeit zu finden. Hier ist dein Bahnticket. Gehe bitte zu Gleis Nummer 5. Dein Zug fährt um 15.45 Uhr von Bremen nach Hamburg, sagt die Mitarbeiterin. Danke, antworte ich. Ich sehe hinauf zu der großen Uhr. Es ist 15.24 Uhr. Ich habe Zeit. Also kaufe ich mir im Kiosk ein Getränk, ein Brötchen und Chips. Ich habe einen Koffer und gehe zum Gleis Nummer 5. Es sind viele Menschen dort. Ich stelle mich an das Gleis und warte auf den Zug. Er kommt nicht pünktlich. Der Zug hat 5 Minuten Verspätung, sagt eine Frau. Ich warte ungeduldig. Der Zug hat 10 Minuten Verspätung, sagt dieselbe Frau. Ich warte eine lange Zeit, aber der Zug kommt nicht. Es dauert 30 Minuten, bis der Zug endlich kommt. Ich gehe in den Zug und ich finde einen Platz. Ich bin müde, hungrig und durstig. Also esse ich das Brötchen und die Chips. Ich trinke auch Wasser. Jetzt geht es mir besser. Der Zug fährt los. Ich freue mich auf meine Großeltern. bis heute Abend. Ich freue mich auf meine Großeltern. Bis dann. Bis dann.